. Ey, Beachvolleyball, was wollt ihr mehr? Echt schön, mit der Sonne, perfekt. . Mega, also deutsche Meisterschaften, Beachvolleyball, immer klasse Event. Top. Wir sind Partner bei der Smart Beach Tour, weil wir in einem sportbegeisterten Umfeld Menschen motivieren wollen, sich zu bewegen. Und wenn man sich hier anschaut, die Sonne scheint, die Leute haben gute Laune, ist einfach ein tolles Ambiente. Und unser Ziel ist es, nicht mit erhobenem Zeigefinger die Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren, sondern einfach, sie sollen Spaß haben. Hammergeil. Ich komm wieder. Super Spaß gemacht. Man sieht die Olympiasiege. Bomme. Bestes Wetter. Viel Stimmung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020